Hey Leute, was geht? Hier ist euer Prader und ja, heute ist für euch eine Episode Prader Trickshot. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde, aber auf jeden Fall kommen wir gleich zu den vier Trickshots, die ich gehittet habe. Es sind vier verschiedene Maps, vier verschiedene Klassen. Ne, einmal habe ich, glaube ich, die gleiche Klasse benutzt, aber das ist ja auch egal. Ja, zwei waren ganz schön. Einer auf Studio war richtig geil und der andere auf Nugetown waren zwei Wallbanks und dann die anderen zwei waren ein bisschen casual. Aber ich hoffe trotzdem, euch gefällt es. Ich finde, ja, Trickshot ist etwas Faszinierendes. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll oder auf welcher Map ich zum Beispiel Trickshotten soll oder so. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben und vergesst nicht, das Video zu bewerten. Also, ich fasel gar nicht lange drumherum. Viel Spaß bei den vier Trickshots. Der kommt da, siehst du? Ah, und da lege ich. Oh ja, was? Das war richtig komisch, der Shot irgendwie. Ich bin ein bisschen abgerutscht, aber mal gucken. Aber der war ziemlich nahe. Ich könnte ihn aber ziemlich gut einschätzen. Schöner Swap hier noch. Ja, komm, ich lasse ihn mal drin. Einfach so. Er war zwar nicht der krasseste Shot, war auch nicht das Ziel, dass ich euch hier die krassesten Shots präsentiere. Ich lasse ihn einfach mal drin. Einfach mal anzumucken. Mal gucken. Vielleicht wird der nächste besser. Also, bis zum nächsten. Ich stun ihn hier mal. Ganz gechillt. Oh! Oh, shit! Der war richtig nice! Lol! Was ist mit... Was ist mit mir los heute? Das ist back to back eigentlich. Gleich nach dem ersten. Okay, das war jetzt nicht wieder der Übershot. Eigentlich wieder derselbe. Aber der Wallbang! Alter! Wunderschön! Also... Lol! Er war sogar... Es könnte sogar ein Double Wallbang gewesen sein. Nee, ich glaube, es war nur einer. Er ging dann direkt durchs Fenster. What the fuck? Hier seht ihr nur zwei Tode? Puh! Klar, sie haben alle nur Messer, aber... Das ist schon... schon cool. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Shot. Welcher wahrscheinlich auch Carrier sein wird. Also, bis dann! Oh, ja! Das war nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob das... War das ein... 1080? Ich weiß es gar nicht. Aber der war nicht mal so übel. Schön gechockcharged. War zwar wieder ein bisschen näher. Schöner Reload. Schöner Swap. Schöner Seitenwechsel. Nicht gelandet. Ja. Das war auch nicht schlecht. Auch nicht der Beste. Der auf Studio war immer noch am besten. Also, wir sehen uns dann... Würde ich mal sagen, beim nächsten Shot. Puh! Oh, bin ich müde, ey. Ja, schon ein bisschen mehr Tode, weil ich auch ein bisschen mehr Suicides gemacht habe. Ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Shot. Der wird sein auf... Jetzt muss ich gerne mal gucken, welche Karten wir hier noch haben. Ähm... Ja, was haben wir denn noch? Nuketown könnte man machen. Na komm, wir machen Nuketown. Also, wir sehen uns dann im letzten Shot. Wann da? Lo! Digga, wo war der? Nee. Oh shit, was mache ich heute mit den... Mit den Bots? Das ist ja ein überkrasser Wallbang hier. Bats? Alter, wo war der? Shit, das muss ich nachher gleich mal nachgucken. Kann ich leider nicht, weil ich den Kinomodus nicht aktiviert habe. Man kennt ihn. Digga, war das der da? Der rechts unten? Ach du Scheiße. Nee, das war ja nicht 5-0. Das war wieder richtig schnell. Holy shit. Heute bin ich ein richtiges Monster. Naja, das waren die vier Shots, die ich eigentlich so wollte. Die... Eigentlich ziemlich schnell. Aber das habe ich irgendwie nicht ganz... Nicht ganz eine halbe Stunde gebraucht. Nicht mal. Digga, das ist... Das ist... Nee, nicht mal. Das waren etwa 20 Minuten. So. Krass. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir doch eine Bewertung da. Und ja, haut rein bis zum nächsten Mal, Leute. Das war Prader. Tschaußen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.